Ah, guten Tag, grüß Gott, moin moin, servus. Herzliche Grüße aus Schottland an alle deutschsprachigen Länder und Gebiete. Und natürlich auch Baden-Württemberg. Ich bin der schottische Schriftsteller Craig Russell, oft beschrieben als teils Hannibal Lecter, teils Otto Walkes. Mein neues Buch ist Hyde, oder auf Deutsch Der geheimnisvolle Mr. Hyde. Dies Buch ist bereits mein größter Erfolg. Die Filmrechts vor Veröffentlichung hier in Großbritannien schon in Hollywood gekauft wurden. Also die Geschichte. Jeder kennt Jekyll und Hyde. Aber hier haben wir Hyde ohne Jekyll. Mein Roman ist keine Nach-Erzählung von Jekyll und Hyde, sondern ein Form-Origin-Story. Dieser Hyde, meine Hyde, ist ein Freund von Robert Louis Stevenson und Chef, der Detektiv-Chef der Kriminalpolizei im viktorianischen Edinburgh. Aber Hyde hat ein großes Geheimnis. Er leidet an einer neurologischen Erkrankung, besser gesagt Störung, die dazu führt, dass er Zeit verliert. Das heißt, er hat unerklärliche Amnesie-Episode. Hyde befindet sich am Tatort von einem Ritualenmord und hat keine Ahnung, wie er dorthin gekommen ist. Und deshalb wird in seinem eigenen Ermittlung zu einem Verdächtigen. Der geheimnisvolle Mr. Hyde ist ein dunkler und bedrohlicher Gotik-Thriller. Voller antiker keltischer Mythologie, geheimer Rituale, gespaltener Persönlichkeiten und natürlich Mord. Ich hoffe, der geheimnisvolle Mr. Hyde ein großer Erfolg für Aufbau ist. Wie wir nichts sagen in Schottland. Ich drücke die Daumen. Tschüss.